So, jetzt kommt ein neues Video von mir. Wir gucken uns das komplette Volume 15 an. Das ist ein Hobonichi Techo Day Free. Den habe ich von Dezember bis September. Oder nein? Ist da noch September drin? Ne, bis August. Bis August benutzt. Und ja, wieder sind Sticker drauf gelandet. Einmal hier, das sind Frau Biber Sticker. Die habe ich auf dem Design-Gipfel gekauft. Den hat mir mein Freund geschenkt. Den habe ich aus irgendeiner Sammelmappe. Hinten habe ich mir eine eigene Tasche gebastelt. Die ist aus einem Briefumschlag, deshalb hat die ein Fenster. Und da sind alles so Postkarten und Briefe, die man halt, die wollte ich nicht einkleben. Dann wird das für Journal so fett, also habe ich sie zum Schluss hinten in die Tasche gemacht. Also die Tasche war als letztes quasi dran. Dann habe ich hier noch zwei Anhänger. Einmal so ein Sorgenpüppchen. Das war mal ein Adventskalender von meiner Mutter. Und das ist ein blaues Auge, was vor bösem Blick schützt. Das war mal bei einer Bestellung von Gahlenleather mit dabei. Ja. Dann gehen wir mal rein. Also es ist wieder der Baumstempel drin, den ich jedes Mal reinmache, wenn mein Journal voll ist. Hier sieht man, von wann bis wann ich es genutzt habe. Hier hinter ist meine Adresse, falls es mal verloren geht. So, dann fangen wir an. Auf den zwei Seiten habe ich gar nichts eingetragen. Und dann gibt es hier so eine Art, ja man kann es als Habit Tracker oder Future Log oder so benutzen. Ich habe es als Inhaltsverzeichnis genutzt. Ich habe immer die drei wichtigsten Sachen, die im Monat passieren, oben drüber geschrieben. Und dann mit der Seitenanzahl dann halt geschrieben, was passiert ist. Ungefähr ein Stichwort, was passiert ist. Und dann unten immer passend für den Monat dann dekoriert. Also ein Ostern, ein Hasen, im Februar eine, äh im Januar eine Regenwolke, genau. Und die drei Monate sind halt nicht drin. Das Journal habe ich im Dezember 2022 angefangen und dann im August aufgehört. Genau. Wenn ihr schon auf in dem Hintergrund hört, das ist, also da steht das Babyphone, damit ich dieses Video hier überhaupt machen kann. Genau. Jetzt gucken wir uns die Monatsübersichten mal an. Ja, immer mit ein bisschen Deko. Also es gibt drei Farben. Wenn das einen Termin, den Christian hat, also mein Freund, der mich betrifft oder auch meine Tochter betrifft, dann ist der mit eingetragen. Dann haben wir einmal die Farbe für meine Tochter und dann, wenn wir irgendeinen Termin zusammen haben. Weil meine Termine brauche ich ja nicht extra kennzeichnen. Das sind ja meine Termine. Fertig aus und ja. Genau. Ja. Und dann habe ich jetzt auch immer mal den, äh, das Alter von meiner Tochter festgehalten. Das sind auch wieder Frau Biber-Sticker. Die fand ich sehr cool. Die hat mir mein Freund dann mal geschenkt. Und, äh, dann konnte ich damit jetzt so die Entwicklungsschritte von meiner Tochter festhalten. Ja. Genau. Wir blättern einfach mal weiter durch. Ach, die Typ, meine, unsere Tochter hatte, äh, eine Tübinger Schiene und da war sie endlich ab. Man glaubt gar nicht, wie das einen Alltag beeinflusst, sowas. Genau. Hier war es eher blau. Dann kommt hier so langsam der Frühling. Im April waren wir dann drei Jahre zusammen. Genau, Finjas erstes Lachen war hier. Finja hat ihre ersten Zähne bekommen. Oh, inzwischen sind wir bei Zahn 9 und 10, der jetzt kommt. Also sie ist da echt fix und es gefühlt ist immer ein Entwicklungsschritt. Oder sie zahnt. Dazwischen ist keine Pause. Das war auch ein Frau-Bieber-Sticker. Äh, ja. Genau, immer wenn mein Freund angeln ist, dann benutze ich dieses schmale Washi-Tape. Finde ich ganz witzig, weil, äh, ja, genau, wenn er angeln ist halt, ne. Ja, da war Finjas Taufe. Wir waren, äh, mein Freund hatte Urlaub, also wir waren sie nicht weggefahren, aber er war jetzt zu Hause, das war sehr schön. Ja, genau. Dann, also, bis hierhin habe ich das Journal geführt, deshalb ist das hier auch sehr dekoriert noch. Und dann waren halt noch bis Dezember hier die Termine eingetragen. Genau. Ja, unsere Tochter wird bald eins. Ja, ob ich das emotional verkrafte, das weiß ich noch nicht. Genau, und dann die, ich habe bis Dezember, hatte ich hier noch die Termine eingetragen und die Monatsübersichten sind leer geblieben. Und dann fängt das hier an mit, mit, ähm, der, der Dezember-Startseite, die kennt ihr schon. Aber ich dachte, der Vollständigkeit halber blättern wir einfach komplett durch. Genau. Ja. Also, sieht ja immer so aus. Ich habe eine Deko-Seite, wo der Monat anfängt und wo ich einen Mood-Tracker drauf habe. Und so ein bisschen, was ich mir von dem Monat erhoffe oder was besondere Ereignisse in dem Monat sind, die dann vorkommen werden. Genau. Ja, dann mein Habit-Tracker, was ich bestellt habe, was ich mir wünsche, was ich unternehmen will. Genau. Ja, und, ähm, im Dezember war halt Adventskalender-Zeit und mein Freund hat mir einen Adventskalender mit Schreibwaren gemacht und da habe ich dann, ähm, immer oben in die Ecke dann quasi ein Stück davon geklebt, was ich dann bekommen habe. Genau, Weihnachten. Da habe ich nochmal ganz tolle Stempel im Adventskalender bekommen. Hier die, ähm, Sachen von Lush. Äh, tatsächlich, diese, das benutze ich seitdem und das ist immer noch nicht alle. Also, das ist echt langlebig. Keine Werbung oder so. Äh, das war der Januar. Da waren, den Mood-Tracker haben wir auch noch zusammengezeichnet damals. Genau. Da waren eher Schlechtwetter im Januar, ne? Genau. Äh, ja. Genau. Genau. Ja, ich habe immer die cleane Optik hier gehabt mit, ähm, Datum und, ähm, Wochentag drunter und dann halt die Termine und dann der Text drumherum. Genau. Das war dann nicht immer besonders viel, aber ich bin stolz, dass ich es bis jetzt durchgezogen habe. Und, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, komm her. 17. war mein Jubiläum quasi. Seitdem journal ich sieben Jahre lang am Stück. Genau. Das hier ist der Februar. Ja, man sieht, dass die Mood-Tracker doch sehr einfach gehalten waren, weil ich nicht viel Zeit hatte. Aber es gibt welche, immerhin. Ja. Genau. Da war ich die erste Woche allein, da war die Elternzeit von meinem Freund vorbei. Oh Gott, hatte ich Schiss davor. Aber wir haben es überlebt. Wir haben uns nicht viel vorgenommen und einfach nur, ja, äh, überlebt. Anders kann man es nicht sagen. Na, da war ich so froh, dass der Februar endlich vorbei ist. So ein kalter, dunkler Monat, ey. Ja, dann kommen wir hier in den März. Da hatten wir Bauklötze als Mood-Tracker. Das war dann wieder etwas aufwendiger. Da konnte man dann auch mal ein bisschen mehr machen, genau. Ja, es ist immer relativ schlicht gehalten. Oh, hier war eine Frau-Biber-Bestellung angekommen. Und hier sind wir im April. Da habe ich ein Gedicht aufgeschrieben und ganz viele Schmetterlinge gemalt. Dieser Mood-Tracker ist der, der mir am wenigsten gefällt. Irgendwie, er sieht so, der verliert sich so. Der passt und gehört gar nicht irgendwie richtig zusammen. Es sieht einfach schäbig aus. Aber ein gutes hat es. Ich bin die ganzen Schmetterling-Sticker mal losgeworden. Bin ich so der, obwohl ich Gärtnerin bin, nicht so der blumige Typ, was das angeht. Ja, nee, ich bin nicht der Typ rosa, sagen wir so. Ja, da waren Christian und nicht dann drei Jahre zusammen. Deshalb ist hier auch eins der Lesezeichen drin. Genau. Da waren wir das erste Mal schwimmen mit Finja. Fand sie total kacke. Äh, ja. Ja, äh, da habe ich mir, ähm, einen Kerzen-Sticker und einen der Punkte-Sticker von Frau Biber genommen. An dem Tag ist unser, also ist der Familienhund verstorben. Also sie ist fast 16 Jahre alt geworden. Äh, ist trotzdem nicht schön, aber ich fand, das passte sehr und ich habe dann in der Kirche für, für unseren Hund noch eine Kerze angezündet, ja. So, das ist der Mai. Da waren es dann kleine Luftballons als Mood-Tracker. Was war da? Finja, äh, da war sie ein halbes Jahr alt. Die Zeit vergeht. Ja, hier, den Sticker finde ich auch super. Aber Finja liebt es, äh, zu baden. Und inzwischen, Machle setzte dabei das halbe Badezimmer unter Wasser. Genau. Da war mein erster Muttertag. Da hat sich mein Freund solche Mühe gegeben. Ich habe, äh, richtig krass für die Geschenke bekommen. Und ich hatte richtig schlechtes Gewissen, weil ich ihm zum Vatertag nicht so viel geschenkt habe. Aber er meinte, ja, es wäre ja auch viel einfacher, Vater zu werden als Mutter. Oh, da hatten wir das erste Playdate quasi. Mit, ähm, einem Mädchen, was einen Tag nach Finja geboren wurde. Aber eigentlich, äh, also sie haben uns überholt. Ich war, Finja war acht Tage drüber und die, das Mädchen war ein paar Tage zu früh. Und somit haben sich die Geburtstage quasi verschoben. Ja, und dann waren wir hier, äh, genau, bei Gartenträumen, so einer Messe auf Burg Hülshof. Das war richtig schön, auch wenn Finja nicht wirklich begeistert war und wir auch sehr schnell wieder gegangen sind. Aber immerhin, ja. So, hier waren dann die, jetzt sind wir im Juni, das sind dann Eisbecher gewesen, als Mood-Tracker. Den finde ich schon, schon viel besser wieder. Genau. Ein sehr floraler, sehr florale Startseite. Genau. Da ist die Finja schon sieben Monate alt. Da haben wir so einen, so einen Hopser gekauft. Also da setzt, äh, das ist wie so ein, wie so ein Klettergurt. Da setzt das Kind rein und dann fängt das an zu hopsen. Das ist so unfassbar niedlich. So. Hier ist ganz wenig Deko. Ich weiß auch nicht, was da los war. Wow, eine Sonne haben wir eingekippt. Ja, da waren schon wieder Zähne und Finja dreht sich wie ein Pillewurm. Und da sind wir im Juli. Da hatte ich hier dieses Strandmotiv in grünen Tönen als Mood-Tracker. Genau, auch grün gehalten, die Seite. Da war Finjas Taufe. Da hat er schon wieder Zähne. Nur Zähne. Ja, und dann habe ich hier immer mit markiert, dass mein Freund Urlaub hat. Habe ich auch stumpf so durchgezogen. Das ist auch aus einem Frau Bieber-Sticker. Ich brauchte aber nur den Hirsch. Und ja. Da kam eine Bestellung von Kiroku. Genau. Ja, und meine Smartwatch ist angekommen von Fossil. Genau. Genau. Da waren wir das erst mal da haben wir so da ist so ach, wie soll man es sagen in ich glaube Lüdinghausen nee, Nordkirchen Nordkirchen ist es da gibt es so so ein kleines Gehege mit Ziegen und Hühnern und zwei Eseln und ein paar Vögeln und da hat sich Finja dann ganz fasziniert die Ziegen angeguckt. Genau. Und ich finde es sehr krass, dass man mit dem Kind in dem Alter ja nicht wirklich man kann nicht auf dem Spielplatz oder so noch nicht wirklich also wenn die noch nicht sitzen können also haben wir gefühlt den ganzen Urlaub nur Eis gegessen oder sind Kaffee trinken gegangen. War auch nicht schlecht. Genau. Da war es der letzte Urlaubstag genau da haben wir erfahren dass eine Bekannte von uns aus dem Geburtsvorbereitungskurs wieder schwanger ist und dass diesmal ein Junge wird ja genau da hat mein Freund seine Gehaltserhöhung bekommen und somit gibt es noch ein zweites Baby auch wenn das erste Baby so anstrengend war aber jetzt muss es noch ein zweites geben genau das ist der August da habe ich Schreibwaren gemalt und die dann ausgemalt genau sehr orange die Seite orange-gelb genau da konnte Finja dann auf einmal sitzen und eine Woche später konnte sie krabbeln erstaunlich ja genau ja da steht Finja kann krabbeln da noch ein Zahn ach ja da waren wir bei der italienischen Nacht deshalb ist da diese italienische Flagge ich hoffe es ist überhaupt richtig rumgemalt keine Ahnung ich habe mich nur an die Farben erinnert äh ja genau da kam eine Bestellung von Kuldeloo äh Finja hat schon wieder einen Zahn da waren wir Eis essen die Sticker finde ich ja süß ne also der ist immer als erstes weg wir waren also es gibt nicht viel was man hier im Ort wo ich wohne ähm machen kann und äh Eis essen geht auch und deshalb ist dieser Sticker immer als erstes weg vom Stickerbogen so und das war's hier sehen wir noch äh habe ich mir mal aufgezeichnet die Zahnübersicht äh genau ja und das war's dann auf den Seiten habe ich so gut wie nichts gemacht also ich habe hier noch einmal meine hier war ich schon Liste die will ich aber jetzt in ein eigenes Buch machen dafür habe ich mir auch schon was bestellt und zwar diese Hobonichi die Notizbücher auch in A5 und das eine Buch will ich ähm für für die hier war ich schon Liste machen die wollte ich dann nach Bundesländern aufteilen und nach Ländern auch wenn ich nicht so wahnsinnig viele Länder in meinem Leben bereisen werde und da weil da zwei Bücher drin sind also da ist nochmal so ein so ein blaues drin die können es ja einfach mal zusammen aufmachen Entschuldige für's Geknister all für alle die Kopfhörer auf haben genau das sind die zwei Notizbücher die sind kariert und ich glaube haben irgendwie ein bisschen mehr als 40 Seiten und das wird fürs Reisen sein und das wird für mein Shop sein jetzt kommt Werbung in eigener Sache ich habe jetzt einen Etsy Shop der heißt Plenna Calendula auf Etsy und bis jetzt sind zwar nur zwei Produkte da aber auf die bin ich doch sehr stolz und zwar einmal der erste den ich designt habe ist einfach ein Journal was wahnsinnig voll ist mit Büroklammern und Klammern und Lesezeichen und Post-its und so weiter genau und dann als zweites habe ich einen Charakter gezeichnet und zwar dieses Rotkirchen das ist Opa Gerhard mein Opa der ist mit fast 95 verstorben und ab dem Punkt haben wir überall Rotkirchen gesehen und ja das wurde so zu zu so einem Symbol unserer Familie dieses Rotkirchen und dann dachte ich mir du wolltest immer einen Charakter haben der dann halt verschiedene Sachen macht also hier trägt er ein Buch und demnächst wird er weiß das ich nicht einkaufen gehen angeln gehen pflanzen shoppen weiß das ich nicht was alles und den kann ich dann immer einkleben und ich wollte ihn aber auch teilen und somit ist er jetzt auf Etsy und ja demnächst wollte ich dann noch einen Stickerbogen machen der kommt dann in weiß ich nicht zwei Wochen erstmal muss ich ihn zeichnen und dann muss ich ihn drucken lassen ja auf jeden Fall ja wenn ihr wollt könnt ihr mich gerne auf Etsy ähm unterstützen wenn ihr das wollt genau die sind wetterfest kratzfest haften auf so gut wie allen ähm oberflächen also ihr könnt ihr selbst auf euer Auto kleben genau dann ist hier noch ähm meine stifteteste Seite genau dann keine Ahnung die Seiten habe ich nicht benutzt hätte ich noch überkleben können oder so hier sind noch meine Adresse die wichtigen Adressen genau und das war's und dann ist hier halt so eine so eine selbst gebastelte Falttasche wo äh die ganzen Postkarten und so drin sind genau und auf dem Buchrücken habe ich von Leuchtturm hier so ein so ein Buchrückenaufkleber halt und da steht dann auch nochmal drauf welches welche Nummer und von wann bis wann und somit steht das dann im Bücherregal und dann kann ich das auch sehen weil es ist ja nun mal das Buch 15 ich bin jetzt im 16 und äh da kann man auch schon mal den Überblick verlieren wenn man die nicht beschriftet genau ja ähm hiermit verabschiede ich mich von euch ich hoffe es hat euch gefallen das war ja jetzt immerhin mal ein langwierigeres Video und ähm bis zum nächsten Mal würde ich sagen Tschüss j beklein bis zum nächsten Mal dann Schnaps bis zum nächsten Mal